herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge rayman legends wir spielen mit unserem kleinen roten freund palast in der tiefe mal schauen uns was uns hier erwartet es geht los alles klar den ersten lümmel haben wir schon und so wie es ausschaut geht es wirklich in die tiefe links rechts links rechts wird egal sein alles klar nehmen wir mal rechts und gucken was uns hier schönes erwartet da erwartet mich schon der elektroschocker ich war mal ganz flach und klatsch den burschen um das ist der nächste zack nächster treffer wir sind immer noch beim anfang so und und weg ist der kollege hier nehmen wir die pilze mit und weg ist er durch die tür marschiert und hier sind die umkleideräume und haben wir den burschen da oben sehe ich augen schaut das aus da waren doch gerade augen oder na da kommen wir später wahrscheinlich noch mal hin weg 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 aber noch mal zurück da ihr auch irgendwas gesehen genau einmal zweimal lume abstauben ja wenn wir da jetzt reinspringen dann wird uns das zeitliche segnen deswegen lassen wir das mal besser ich denke mal wir werden das irgendwo abschalten können ziemlich sicher schon hinter dieser tür irgendwo ok hier geht es rein in die brühe achtung er balanciert er balanciert platz unten ist er dann schauen wir mal ok ist ja nicht irgendwas was uns gleich angreift oder frisst das schon der schalter doch da geht schon los noch die lume und dann aber verschwinden wir gleich wieder hier wieder zurück genau jetzt sind auch hier die die stür strom weg der elektroschocker wir hüpfen noch mal schön rauf quetschen uns darunter stauben die pilze ab soll das mal gucken das war alles ungeschickt von mir da kommen wir nicht weiter mehr aber sie nur gucken 1234 ok alles klar rüber springen dahin oh nein ich bin im elektrostrahl hängen geblieben so noch mal und was los hammer zack 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 und weiter geht's ganz spaß noch mal das will ich jetzt auf einmal schaffen und gleich wieder hoch jawohl vorsicht und sprung ok jetzt wenn wir hier viel springen hammer geschafft sehr gut was mache ich raus aus dem raus aus der sonne ok abwarten 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 da kann man durch den kaputt hauen ja sehr schön da geht es jetzt nicht mehr weiter das bedeutet wir spielen dann gleich da hinten weiter da geht es zurück jetzt schauen wir mal nicht dass wir uns jetzt hier weg grillen was mache ich ich habe es geschafft ich hatte ein herzl dabei und jetzt aufgepasst hinter dem bleiben wir da kann uns nicht viel passieren und weiter geht es ja sehr gut jetzt schon mal auf der seite was uns erwartet noch ein paar lume kassieren und unser roter freund sprintet schon nach links in sein nächstes abenteuer hat schnell ja ja der auf angriff gebürstelt da müssen wir schnell sein hammer lume hammer ok ich muss mal zurückschauen nicht dass irgendwas vergessen habe die einfach nur so durch gerannt das nehmen wir noch mit da geht es wieder raus da sind die fische kommen wir da hoch irgendwie noch nicht alles klar wir laufen so weit bis nichts mehr geht wahrscheinlich müssen wir gleich wieder eine runde schwimmen oder auch nicht das haben wir das haben wir das haben wir und großen sprung aufs herzl so bleibts da ok quallen alarm den hammer na das habe ich mal elegant gelöst ja und hier müssen wir auch wieder irgendwie den strom abschalten oh gott achtung einmal durch und noch mal durch jetzt noch mal gucken da sind noch gerade irgendwelche riesigen würmer entlang geschwommen oder genau ok vielleicht können wir da auch rauf ich vermute da einen geheimgang ja 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 wie geil uhuhu die würmer sind schön gruselig ähm ok ja von den quallen weg bleiben ganz einfach und runter oh gott da ist schön viel platz und hier rauf den klein legen wir frei ja und schon haben wir dieses secret erfolgreich bestanden extra herz verdient und wir schwimmen weiter in die tiefe am besten dem gleich hinterher da kann uns nichts passieren ok das sind wir auch durch äh oh ok hier ist aufpassen angesagt den machen wir platt jetzt ist der kamerade dran und da weiter geht's strom ist aus zurück geht's halt ich hab was vergessen so unser roter freund soll hier sich hier noch die lume schnappen es geht weiter immer schneller und zack mhm ok ui vorsicht ok hier müssen wir schnell rumschwimmen gibt's da irgendwas für uns nein aber es wird knapp 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 aber ich hab's geschafft ja super da den geheimgang haben wir schon genau ok jetzt müssen wir schauen da durch dem hinterher und da wieder raus oder ok jetzt muss ich mal überlegen wie's weitergeht oh oh patsch das war knapp ok die Musik hat sich auch wieder geändert ja hier kennen wir das schon ok können wir da durchtauchen ah ja schön platt gemacht den kleinen rotzlömmel ui 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 alles klar das nehmen wir auch noch mit im richtigen moment achtung das war natürlich nicht der richtige moment gut nur das Herzl verloren passt nein was hab ich gemacht ich wollte einfach zu viel ich wollte einfach zu viel gleich nochmal holen ach da ist ja noch ein kleiner Ding den hab ich ja gar nicht gesehen na von dem her ist es ja gut dass wir da drauf gegangen sind da können wir gleich nochmal gucken und zurück so Achtung jawohl und da durch und was sehen wir da schönes freier durchgang ok jetzt geht's munter weiter oi da ist der Laser Achtung er klingt rasant und elegant ich weiß nicht wie weit geht diese Limostange runter nur bis zum Ende oder genau das bedeutet das schaffen wir stellen uns da wieder hin beziehungsweise können wir einfach durchgehen oder genau und knapp knapp Achtung ich zeig euch jetzt wie man es richtig macht nach dem nach dem Versuch Achtung und zack und zack da geht's zu gut durch hier können wir einfach stehen bleiben Achtung und Sprung stellen uns da hin jetzt warten wir einfach nach die zwei Sekunden und zack und da haben wir es geschafft okay wir können hier stehen bleiben und durchfetzen okay was soll ich hier machen und oh nein schon wieder das ist ja hier muss man wirklich aufpassen okay Sprung in die Mitte stehen bleiben und platt machen sehr gut Sprung weiter geht's der Laser geht bis da okay hier muss man glaube ich ganz schön schnell sein oh Gott nein wieder weg jetzt oh nein okay wir warten einfach Achtung neuer Versuch top motiviert geht's ins Abenteuer jetzt geht's schon schneller wir kennen uns ja langsam aus Achtung aufgepasst Sprung und hier hängen bleiben da warten wir einfach ein bisschen wir lassen los und rennen weiter okay ab hier wird's jetzt wieder interessant und hepp okay oh knapp ein Herz glaube ich verloren jetzt habe ich natürlich keins mehr okay zack 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 ich laufe mich schon mal warm und dann muss ich hier äh stehen bleiben oder oh ist knapp ist knapp ich kann ganz normal stehen das geht okay das bedeutet jetzt schafft es der Glowblocks okay oh Gott na was mache ich jetzt hat okay weiter geht's was passiert hier viel Laser da können wir nichts machen können wir uns hier ducken oder da können wir sogar normal stehen bleiben okay da drauf oh 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 das habe ich das habe ich verdengelt hier nochmal können gleich weiterspielen ein bisschen später springen vielleicht oh schon wieder oh schon wieder Achtung neuer Versuch wir geben ja nie auf hier meine lieben Leute los geht's ah schon wieder warum warum bin ich so okay bitte alle Daumen drücken es geht in eine nächste Runde okay Daumen drücken nützt auch nichts ich probiere es jetzt mal mit Konzentration und hopp hm am Gottesdienst so Leute ganz wichtig bleib dran nicht auf einen anderen YouTuber wechseln wir schaffen das ja sehr gut ja danke für alle die diese harte Strecke mit mir durchgestanden haben okay hier ist anscheinend wieder Hüpfen angesagt okay bitte nicht nochmal doch Achtung 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 das kann das kann doch gar nicht so schwer sein okay ich will da gar nicht stehen bleiben da verbrenne ich mir wahrscheinlich gleich den Arsch aber wir können hier hinterher hier muss man wirklich schnell springen habe ich das Gefühl jetzt Achtung oh ne bin ich da oben gerade vom Laser abgeschossen worden ich glaube doch schon ja also da noch mehr aufpassen angesagt okay na die der Teil klappt mittlerweile ja schon ganz gut und HEP und jetzt ich glaube ich renne da einfach durch ohne die Münzen oder Sau gehen oder auch nicht ich glaube ich muss den Umweg über die dummen Griffe machen oder Oh Gott Achtung 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 Oh da sind wir aber auf Anhieb durchgesprungen und schon wieder und schon wieder nein oh es war so knapp es war so knapp es war so knapp es war so knapp man muss einfach nur am Ball bleiben Achtung und ja wie cool einfach durchgerannt ja und wir haben dieses Level geschafft vielen Dank fürs reinklicken wenn es euch gefallen hat lasst ein Abo da schaltet wieder ein vielen Dank bis später und ciao ciao Oh!